Ich finde auch, wenn ich schon mal hier bin, okay, diese zweite Bühne, die wackelt schon einigermaßen, aber egal, ich möchte jetzt mit den Kindern was machen. Habe ich welche kleinen Ladies und Jungs, die mit mir auf die Bühne kommen, kommen und dann singen und tanzen wir einfach gemeinsam. Ich bin ja nur heute, so wenn, dann auch erst heute. Wer kommt? Du kommst ja hundertprozentig, du hast ja so viel Tanztalent. Kommst du hier? Also alle Kinder, und natürlich die kleinen Kinder, wenn wir vielleicht ein paar größere Kinder, ihr dürft auf die Bühne, kleine Wolle. Sehr gut, ihr darfst auf die Bühne. Ja, super. All the ladies of Magdeburg, die tanzen einfach. Ja, super, du fliegst. Hey, Girls, genau richtig. Tasche schmeißt einfach irgendwo in eine Ecke, Girl. Ja, super. Das freut mich total. Wie gesagt, ich bin heute hier, morgen geht's zurück nach Malle. Aber hier ist es genauso heiß, so. Haben wir jetzt eine bunte, gemischte Gesellschaft, super. Kommt, dann gehen wir alle zusammen. So, und dann müssen wir gucken, dass wir ein bisschen Platz haben. Die ganz kleine, ganz vorne. Kommt du mal schön bei mir. Wie heißt du, kleine Maus? Oh, das ist ja gefährlich, gell? Oh, ich glaub, das dauert. Nah, mal rauskriegen, ist schon ein ganz großer Schritt. Oh ja, Mami. Ist auch nur eine Mama, ja klar. Vielleicht traut sie sich später nochmal. Das war auch echt auf einmal sehr viel. Also, ihr müsst gucken, dass ihr ein bisschen Bewegung, das heißt, ein bisschen Platz habt. So, die etwas größeren, die müssen hier so zweitlinig stehen. Genau, diese kleine Maus, du kannst besser vorne stehen. Ja, genau. Dann können alle dich sehen. Und dann gehst du ein Schritt nach hinten. Und so noch ein bisschen nach hinten. So ein bisschen klein. Und du so hier. Haben wir jetzt ein bisschen Platz? Ja, genau. Und jetzt bräuchte ich hier wieder eine kleine Maus. Und hier eine kleine Maus. Ja, das dauert immer, liebe Leute. So, genau. Und wir machen folgendes. Du kommst hier an der Seite. So, wir machen folgendes. Wir stehen einfach jetzt ein bisschen so mit den Füßen auseinander. Genau. Und wenn ich gleich singe, machen wir folgendes. Mit rechter Bein machen wir vier Schritte im Halbkreis. Das heißt, eins, zwei, drei, vier. Mach das mal einmal mit. Das macht es einfacher für später. Ja. Machen wir zusammen. Eins, zwei, drei, vier. Das gleiche machen wir mit links. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Dann machen wir beide Hände winke, winke oben. Beide Hände. Ihr müsst nicht auf mich achten, weil ich habe ja das Mikro in der Hand. So, beide Hände. Das gleiche unten. Dann rechte Hand ausgestreckt. Arm, meine ich. Linke Arm. Und dann rechts auf dem Schlaf, Loco. Rechts hier. Rechts, wo der Daumen links ist. Genauso rechts, genauso rechts. Hier, Baby. So, ja. Habt ihr das? Jetzt machen wir jetzt einmal alles, alles hintereinander. Ja? Ja, ein bisschen zurück, wieder ein klein bisschen. So. Wir machen nochmal einmal, ja. Mit rechten Beinen machen wir. Eins, zwei, drei, vier. Da hin. Dann links. Eins, zwei, drei, vier. Dann beide Hände oben, winke, winke. Gleich hier unten. Rechte Zeigefinger, linke Zeigefinger. Loco. Wir haben es. Wir haben es. Und ihr klatscht erstmal, ja. Erstmal klatschen alle. Und alle machen wir dann mit Rhythmus. Genau. Und wir tanzen. Ihr macht mit der Rhythmus. Und ich singe. Fünf, drei, vier. Und wir tanzen. Bailando, bailando. Die Hände, adios, adios. Rechts und links und bloco. Bailando, bailando. Amigos, adios. Adios. Es geht schnell. Aber wir schaffen das. Ich würde sagen, du komm ein bisschen hier. Seid ihr bereit, liebe Leute, hier in Magdeburg. Seid ihr bereit? Sind wir bereit? Ja. Ich hab euch nicht gehört. Sind wir bereit? Ja. Genau. Hier ist für euch Bailando. Mit die Tanzgruppe aus Magdeburg. Bailando, bailando. Amigos, die Hände. Adios. Es ist ja loco. Bailando, bailando. Amigos, adios. Adios. Es ist ja loco. Das geht doch einigermaßen, oder? Also alle Leute, den Rhythmus nochmal. Und wir springen. Weg, weg, weg. Ja. Das geht hervorragend. Alles ist nicht so. Und wir schlafen die Hände. Ich bin ja. Es geht so, es geht ja nicht. Und wir singen. Yeah, yeah, yeah. Das kann lauter. Ich bin ja. Ich bin ich bin ich. Und ich bin ich einigermaßen. Yeah, yeah, yeah. Du, ich bin ich bin ich. Du, ich bin ich. Du, ich bin. Du, ich bin ich. Du, ich bin ich. Du, ich bin ich. Du, ich bin ich. Oh, nein, nein. Das geht so, das weiß ich. Bailando, bailando. Amigos, adios. Adios. consists. Es ist ja loco. Bailando. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja.